Ich wollte immer eine Prinzessin sein. Bestens geschultes Fachpersonal heißt dich herzlich willkommen. Genieße das Nichtstun, genieße das Essen, genieße das Entspannen auf Liegen, genieße das Schwimmen im aufregenden Wellenbecken. Der etwas andere Schultag. Verbringt mit eurer Klasse einen Tag in der Sonnentherme Lutzmannsburg. Nähere Infos findest du auf www.sonnentherme.com oder unter der Telefonnummer 02615 87171. www.sonnentherme.com 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 www.sonnentherme.com